Vom 29. April bis 1. Mai 2017 hatte der große amerikanische ATV-Hersteller zum Polaris & Friends Szene-Treffen nach Torgau gerufen. Tags zuvor hat dort ein Händlertreffen stattgefunden und die nutzten den Event, um ihren Kunden die neuen ATVs und Side-by-Sides von Polaris zu präsentieren. Also herzlich willkommen bei Polaris & Friends in Torgau 2017. Wie ihr seht sind wir jetzt hier im Motocross Enduro Gelände im Österreicher und veranstalten dieses Jahr wieder das jetzt schon fünfte Polaris-Treffen. Es sind knapp 400 Leute jetzt hier vor Ort und wir haben jede Menge Testfahrzeuge dabei, wie man da unten vielleicht sehen kann und es wird jede Menge geboten. Die Kunden können ihre oder auch neue Modelle von Polaris im Gelände testen, sie können sie hier im Schlammloch versuchen. Wir haben einen Treibparcours aufgebaut, sodass für jeden was dabei ist. Wir haben auch eine spezielle Kinderstrecke, dass sie sich sicherlich bewegen können. Wir haben ein gutes Catering vor Ort, also rundum ist was geboten, für jeden ist was dabei. Wir wollen unseren Polaris Kunden die Möglichkeit geben, ihre 4x4 Fahrzeuge auch mal im echten Terrain zu erleben. Also Offroad mit dem richtigen Polaris 4x4 und hier im anspruchsvollen Gelände das mal rauszutüfteln und zu erleben. Ja, wir sind jetzt schon im vierten Jahr am Start, zweimal hier beim MSC Pflückhof, zweimal vorher im Tagebau. Und das Resümee ist, dass wir gemeinsam mit den Kunden hier riesen Spaß haben. Die Kunden trialen hier durch das Gelände und wir haben hier eine tolle Motocross-Strecke, wir haben ein sehr anspruchsvolles Gelände durch den Wald, sehr technische Passagen. Da sind die Kunden sehr begeistert. Und viele kommen auch das zweite, dritte oder vielleicht vierte Mal schon hierher. Und so werden wir das nächstes Jahr auch wieder ein Polaris & Friends veranstalten wollen. Ja, also wir waren vor zwei Jahren das erste Mal hier, da haben uns unsere Händler, die Dietz aus Lichtenfels, haben uns mitgebracht. Und seitdem hat sich eigentlich mehr oder weniger eine kleine Gruppe zusammengebildet und die trifft sich jetzt jedes Jahr irgendwie hier. Und das macht jedes Mal wieder Spaß, das ist eine riesen Strecke eigentlich, ist man lang unterwegs, bis man da alles durchgekämpft hat und das ist jedes Mal cool, ja. Ja, ich bin heute auch das erste Mal da und es macht echt mega Spaß und die Leute sind auch alle total nett und bin auch schon mit ihm hinten drauf mitgefahren und ist auf jeden Fall aufregend. Wir kommen ja jetzt schon das dritte Jahr hierher und angefangen habe ich alleine mit dem Quad, inzwischen kommt die ganze Familie mit her und das ist eine echt tolle Community hier. Wir treffen uns hier, wir grillen, wir fahren zusammen, wir haben einfach Spaß und eigentlich fast zu wenig, das nur einmal im Jahr zu machen. Die ganze Familie fährt Quad, ich bin das erste Mal mit meinem Bruder hierher und da ist das ganze Fieber einfach übergesprungen und ich finde einfach die Gemeinschaft und die Fahrerei hier klasse, die ganze Atmosphäre ist einfach genial. Von Polaris Germany, wir haben hier über 30 Fahrzeuge von uns mit dabei, alle sind mit Zubehör ausgerüstet, wie zum Beispiel unsere Ranger Side-by-Side-Reihe mit verschiedensten Kabinen, Nutzfahrzeugzubehör. Genauso unsere Sportpack ist die RZR mit verschiedenen Bügeln, mit Sitzen, mit Hosenträgergurten und natürlich bei unseren ATVs das neueste Topmodell, die Sportsman 1000, auch mit kompletten Zubehörpaketen in verschiedenen Ausstattungen. Das Polaris und Friends Treffen ist ein sehr, sehr wichtiges Treffen für unsere Branche. Zum einen, weil es den Kunden die Möglichkeit gibt, ihre Fahrzeuge hier zu fahren und ihr Hobby auszuleben in einem wirklich sehr tollen Rahmen. Und aus Vertriebssicht ist es natürlich auch sehr wichtig für uns, da wir hier die Möglichkeit haben, unsere neuesten Fahrzeuge zu präsentieren, da wir die Möglichkeit haben, der Kundenbasis, dem Kundenstamm insgesamt in Deutschland und Österreich zu zeigen, was für Neuigkeiten es von Polaris gibt. Und die Kunden können diese Sachen direkt hier vor Ort probieren. Zudem haben wir natürlich viele Händler, viele unsere Polaris-Händler hier vor Ort. Sie können direkt mit den Kunden Kontakt aufnehmen und bei Interesse natürlich auch dann noch weitere Probefahrten vereinbaren. Also wirklich insgesamt ein sehr, sehr wichtiges Treffen für die Branche, damit die Branche wächst, damit man die Möglichkeiten hat zu fahren. Und aus Vertriebssicht sehr, sehr wichtig, um einfach den Kontakt zwischen dem Kunden, dem Händler und Polaris herzustellen. Und aus Vertriebssicht sehr, sehr wichtig, um einfach den Kunden zu fahren. Ich bin aber schon 25 Jahre Polaris-Fahrer, habe auch zwischendurch als Polaris-Händler für Taubenreuter agiert. Und ja, hatte also zwischendurch so eine kleine Phase gehabt, wo ich dann das ATV-Fahren für mich irgendwo nach hinten geschoben habe, weil ich es irgendwo körperlich auch gar nicht mehr konnte. Und dann habe ich die Ace sozusagen gesehen und ja, es war einfach sozusagen wieder ein Neuanfang. Und nun bin ich einfach wieder voll dabei. Und es ist einfach die Ace, die gibt mir eine gute Stabilität sozusagen. Und dadurch habe ich einfach sozusagen wieder Lust bekommen, sozusagen auch zu solchen Veranstaltungen zu fahren und auch eben halt das Gelebte hier sozusagen so mitzunehmen und auch dieses Integrative. Weil ich bin, ich erfahre hier oder ich erlebe, ich merke meine Behinderung gar nicht hier, weil ich einerseits sozusagen durch das Fahrzeug sozusagen voll integriert bin, aber auch die Leute, einige kennt man schon länger und so weiter. Aber auch man lernt wieder viele neue kennen, die auch interessiert sind an der Sache, wie komme ich hier klar und sonstiges. Und da entstehen so tolle Gespräche. Und das geht hier nicht nur ums Fahren, sondern auch die Gemeinschaft. Und ja, es ist einfach ein ganz tolles Treffen. Es ist ein offenes Treffen, es ist nicht nur Polaris hier. Das ist ganz toll, dass auch die jetzt irgendwie eine Kenim fahren oder eine Kümko und so weiter. Auch mal so sehen halt, okay, das ist Polaris, das Produktportfolio und oh Mann, der ist ja cool und so weiter, was sich da tut in dem Bereich. Und wir profitieren alle davon. Also ich hätte, dass mir über die Jahre, ich sitze jetzt 30 Jahre im Rollstuhl, hätte ich mir nicht träumen lassen, dass wir auf so einem Niveau dabei sind, auch mit der Automatik und mit dem Allrad und den Fahrhilfen, Backup-Fahrhilfe und alles Mögliche sozusagen, wird sozusagen implantiert in den Fahrzeugen und macht das Ganze sicherer. Und ja, und so kann ich echt wirklich nur jeden empfehlen. Einfach mal da, der irgendwie einen Gedanken da dran verschwendet an solche Fahrzeuge, einfach mal schnuppern und einfach mal gucken. Das tut nicht weh und man wird hier toll aufgenommen und echt top. Kann ich wirklich nur begeisternd sozusagen weitergeben. Und da? So, 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 so. Das war's. Und wenn jemand hier so ganz lasch durchfährt und kein Gas gibt, was passiert dann? Alles klar, ihr habt das verstanden. Alles klar, ihr habt das verstanden. Das sieht gut aus, das sieht gut aus. So, das war die dann. Jawohl. Super Zeit bis jetzt. Ja, ich glaube, er ist viel zu lange da rein gefahren. Mit der Schwimmigkeit ist das besser. Aber technisch, er hat das schwingt vom André und er macht das nicht zum ersten Mal. Er versucht jetzt seinen Sportfunk. André, du kannst doch reinlaufen. Ja, du kannst doch sagen, das ist gut. Ach du Scheiße. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020